blablab yeah, wir haben's weg, wir haben's weg, Jet! juhuuuh Karte, Weltkarte nein, Hogwarts ja, da da jetzt waren wir fleissig die letzten paar Minuten haben wir noch gezeigt, was in uns steckt und hier sieben Sekunden, oha, wir sind gerade rechtzeitig zack die 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 nochmal. Ne, muss das sein? Topf leeren. Muss es jetzt nicht sein. Ok, gehen wir noch die Belohnung abholen und dann ist Feuerobend. Zack. Ne, da. Der Garlic und der ist im Wo auch immer. Schade, zeigt es hier das nicht an. Oder zeigt es das an und ich sehe es wieder nicht. Verfolgung hier nicht verfügbar. Aha, kann ich hier raus? Ok, 194 Meter in diese Richtung. Gut. Let's go. Oha. Tuck, 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 tuck. Reveglio. Eigentlich sollte das auf der Karte sichtbar sein. Ich habe... die Karte einfach noch nicht ganz im Griff, Chat. Ah, Piefste neft. Ah, Piefste neft. Hm. Hm. Ah, geh wegsaus. Klar, geh wegsaus. Wir wären schon schneller ihr gewesen, aber egal. Warum ist sie jetzt ihr? Ein Hybrid vielleicht? Ich habe Ihre Aufgaben alle abgeschlossen, Professor Garlick. Wunderbar. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit die Pflanzenwelt etwas näher bringen. Mich hat sie bereits auf ewig verzaubert. Erst gestern habe ich stundenlang meine selbstdüngenden Sträucher und Ginsterbüsche beschnitten. Die Zeit verging wie im Flug. Im Nu ging die Sonne unter. Wenn es etwas gibt, das mich mehr begeistert als meine gedeihenden Pflanzen, dann sind es gedeihende Schüler. Nun, sind Sie bereit, Flipendo zu lernen? Kinn hoch? Locker halten? Es kommt alles aus der Hand. Versuchen Sie's. Bei diesem Spruch sollten Sie sich konzentrieren. Nichts ist peinlicher, als einen Freund umzustoßen, wenn man nur ein paar Töpfe verschieben wollte. Flipendo. Wunderbar gemacht. Wenn Sie noch etwas üben möchten, können Sie das gerne... Das Haus tun. Aber bitte! Achten Sie auf die Pflanzen! Flipendo! Der weiche Zurückflucht. Flipendo sehen Sie, wie Akio einen Kraftzauber, einen Violetten Schildzauber, berechnen kann. Okay. Nice! Dann haben wir das auch noch geschafft. Ja meine Güte, da haben wir viele Aufgaben. Dann haben wir hier alle Zusatzaufgaben erledigt. Und dann habe ich noch Percival Rackhams Prüfung mit dem Turm. Und da müssen wir ja zu diesem Leuchtturm hin. Meint ihr, das wäre schlau? Okay, ich wäre jetzt nie dahin gegangen. Ich wäre jetzt zu diesem Turm hier. Scheinbar muss ich zu diesem Turm hier ganz nach hinten. Aber wir haben die Mission aktiviert. Belohnungen. Schauen wir gleich an. Dampf. Nö. Aufträge. Nö. Erkunden. Nö. Handbuchseiten. Nö. Weiter. Jetzt haben wir Handbuchseiten in Hochland, Hogwarts und Hogsmeade. Okay. dran. Da ist es jetzt immer weiter. Nö.